Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube! Wir haben es geschafft Leute! 100 Abonnenten erreicht! Um genau zu sein, haben wir sogar 105 Abonnenten! 100 Abonnenten! Jetzt dreht sich mein Kopf! Wo ist die Kamera? Fokus! Da ist die Kamera! Also! 100 Abonnenten! Endlich geschafft! Das war echt ein langer Weg! Fast 6 Monate gebraucht! Und ich habe insgesamt glaube ich 41 Videos online! Aber jetzt sieht es ganz gut aus! Wir haben sogar exakt jetzt zu diesem Zeitpunkt 105 Abonnenten! Hiermit möchte ich mich bei allen Abonnenten herzlich bedanken! Und allen die immer Kommentare fleißig unter den Videos schreiben! Vielen, vielen lieben Dank an euch! Und als Dankeschön dafür, dass ihr so fleißig immer die Videos schaut und auch kommentiert und so weiter und so fort! Wie versprochen heute eine kleine Verlosung! Und zwar möchte ich aus meinem eigenen Bestand, dem Gewinner der Verlosung, eine Rolle Filament schenken! Es wird 1 Kilo PLA entweder in Farbe Rot oder in Blau verschenkt! Und zwar original verpackt! Einmal PLA 1 Kilo Gramm in Blau, schön dunkelblau ist das! Oder PLA 1 Kilo Gramm in Rot! Ich werde den Gewinner eins von diesen beiden Rollen zusenden! Die Versandkosten werde ich auch selbst übernehmen! Um das Filament zu gewinnen, musst du im Grunde nur eine Sache beachten! Schreibst du unter diesem Video mit Hashtag Verlosung irgendeinen Kommentar! Kann eine Grüße sein oder irgendwas zum Video, was auch immer! Ich werde alle Teilnehmer dann jeweils auf einen Zettel schreiben und klassisch verlosen! Das heißt, ich lasse einfach von meinem Junior den Zettel rausziehen und der Name, der gezogen wird, ist letztendlich der Gewinner! Das Ganze hat nur einen Haken und zwar, damit ich auch zeitnah einen Gewinner ziehen kann, machen wir das so! Bis Montag, den 6.01.2020, ich muss mich da dran gewöhnen, 19 Uhr ist Schluss! Das heißt, bis dahin hast du noch die Möglichkeit, Kommentar mit Hashtag Verlosung und dann irgendein Kommentar unter diesem Video schreiben! Achtung Spoiler! Am Mittwoch, den 8.01.2020 werde ich News Teil 4 rausbringen und in den News Teil 4 werde ich dann den Gewinner des Filaments bekannt geben! Also Leute, ich freue mich tierisch schon auf die Verlosung und nochmals vielen lieben Dank an allen da draußen, die den Kanal abonnieren und an allen, die von Anfang an dabei waren und immer schön fleißig kommentieren! Vielen lieben Dank! In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video! Euer Christian!